Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Wutz und ich war ein bisschen zum snipen unterwegs und schauen was da so geht und ich war echt überrascht. Es ging wirklich viel auf Wutz, es war wirklich viel los. Schöne Sniper Shots und gute Fights und ja, es war letzten Endes, denke ich mal, mit einer der besten Raids, die ich je auf Wutz gespielt habe und den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Pfefferbreze? Aber bei mir gibt es immer Pfefferbreze. Ja, okay. Hey, Crazy Dirk. Wetter ist nicht gerade perfekt. Kein Sturm an. Da drüben, wenn einer läuft, den sehe ich aber richtig, ne? Ich habe zuerst, stimmt, es gab ein Update. Ich wollte mal mein Game neu starten. Keine Ahnung. Wahrscheinlich bereiten sie ein Event für morgen vor, könnte ich mir vorstellen. Boah, ist das Ding... Boah, ist das Ding... Boah, ist das Ding... Das Snipen war furzgeil. Erster Schuss direkt. Eieiei. Schau. Aus dem Laufen. Wuff. Ich war selbst überrascht, dass der direkt reingeht. Aber was soll ich sagen? Einfach gut geschossen. That was really a nice shot. Luki, Luki. Wenn der mich mal nicht reportet, garantiert. Das ist ein Schuss. Ja, besonders mit dem ersten Schuss auf die Distanz. Ah. Sehr zufriedenstellend, so ein Schuss. Ganz ehrlich. Richtig nice. Da oben waren halt Shots, aber pro Snipen ist er halt nicht. Da ist eher M4 angesagt. Sniper Scav. Ja, da hochgehen bringt jetzt auch nichts, ne? Wir schauen nochmal, ob der vielleicht ein Mate hat. Einen haben wir. Wir schauen. Oh, come on. oh geht es ist ein streuer ablenden danke für den prime und 38 monate willkommen zu einem abo vor allem danke für den support es tut mir leid waren spieler ausgetimt danke schön dass der prime an mir landet der streuer wir kommen zurück ich sehe nicht ich sehe nicht ich sehe nicht er hat echt auf mich geschossen ich sehe nicht also haben tue ich dir nicht ich sehe 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 nicht ich characteristics ich sehe nicht Der Recoil ist krank. Ja, links, rechts beim Sprayen, ey. Okay. Ich flicke mein Bein und mache einen Mech voll. Anders geht's nicht. Geht ganz schön zur Sache hier, ne? Ja, Kantor, servus. Ich werde lesen. Ja, das ist eine gute Idee, mir da. Aus Alien, meint er wahrscheinlich. Sorry. Ja, Schlitz lockt besonders. Sie ist teuer und man kommt nicht in Massen an sie ran. Man kann sie nicht unbegrenzt kaufen. Das ist der Punkt. So. Bockt jetzt hier noch einer? Ach, Wurz. Im Busch. Das ist hier die Frage. Da ist noch einer. Da ist er. Das ist hier. Farbe. Wo ist der Sack, ey? Das läuft ja wie am Schnürchen hier, ey. Die Granate hat ihn so was von abgelenkt, dass er immer noch denkt, ich bin hier. Dass ich ihn pushen würde. Okay. Da müssten mehr als drei Bodies liegen. Da müssten eigentlich vier Bodies liegen und drei davon habe ich auf jeden Fall ich. Keine Ahnung. Da liegt auch noch einer. Könnte sein, dass ich den auch genadedet habe. Äh. Okay. Hat er auch einen Sniper, wusste ich aber nicht. Gelootet haben sie schon, das ist das erste was wir machen. Einen hab ich auf jeden Fall da vorne. Ich stehe im heilen, das ist das Problem. Ich stehe im Heilen. Genauso gut sichtbar wie der andere gerade für mich. Ich stehe im Heilen. Ich stehe im Heilen. Gut. Ich stehe im Heilen. Ich stehe im Heilen. Ich stehe im Heilen. Davon hab ich ja gar nichts mitbekommen. So, mal sehen, ob ich den wieder finde, den vom Anfang. Ich stehe im Heilen. 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 Da liegt der. Was ein Schuss. Johan Dimplex. Not happy. In der G28. Echt der jetzt? Krass. Was geht hier ab, ey? Was geht hier ab? So, ich glaube, wir gehen dann mal. Reicht. Der Loot, der arme Loot. Ah. Bin voll. Hab alles Wichtige. Okay. Möglicherweise machen wir hier Hallo YouTube draus, ne? Auf geht's. Alle mal Hallo YouTube im Chat. Verewigt euch. Ja, hab ich jetzt nicht erwartet, dass die Wurzrunde so abgeht. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Angefangen mit dem krassesten Sniper Schuss, diesen Vibe. Und weiter ging's mit 1, 2, 3, 4, 5 weiteren Kills. Möglicherweise Hallo YouTube, ja? Na gut, der hier war ausgetimt. Aber trotzdem war es eine sehr, sehr gute Runde. War eine sehr, sehr gute Runde. Ei, ei, ei. Und I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again.